hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von overwatch mit mir und dem werten herrn mannyshek es geht und wir spielen zusammen krass ranket ja krass streichen wir weg dann stimmt ja ja punkt aus der season 5 beide haben noch nichts zu enkelt gespielt diese season du wurdest wenigstens schon mal eingerankt ich wurde noch nie eingerankt was kann da schon schiefgehen ich bin so unglaublich gut glaubt mir das ist ja ich glaube ich muss den ton noch ein bisschen ich glaube ich bin mir sie enthalten macht das sagt keiner zu mir ich fixe mit ihr ja überraschenderweise worte trist okay bei den riesen strahl gucken wir mal bei der längsten hat ne ok let's go du schneidest die suche eh raus oder musst du jetzt weil ich es gerade gesagt habe soll ich so lange singen wenn du lust hast zu singen klar hau rein hier musst du eh alles schneiden also du weißt wie ranket abläuft also ranket ist im endeffekt gleichversion wie schnell suche bloß dass man halt zweimal gewinnen muss ja es ist doch dank für die bitte für dich und für den zuschauer was für ein zufall diese diese erklärung ganz auch für den zuschauer in uns war das beabsichtigt vielleicht vielleicht ich reagiere nicht mehr drauf hey jetzt bin der endlich das problem ist wir müssen uns heute vielleicht sogar anstrengen weil paul ist nicht da oh shit fuck ey du reichst ja alles mit mit semi symmetrischen ich hab schon eh ich hab seit ewigkeiten kein normales mehr gespielt also kein ist die mod modis habe ich zumindest nie gespielt schon seit ewigkeiten nicht mehr immer nur 3 vs 3 da bist du richtig so und 3 vs 3 mode drin ja es macht halt spaß das kannst halt ich finde wenn du immer so normale riesige spiele spielst dann musst du immer zu also da musst du schon eine größere gruppe sein nicht zu sechs unbedingt aber schon zu viert finde ich damit es richtig spaß macht normalerweise außer bei ranked weil da ziehen wir jetzt alle ab na klar los geht los geht oh ich hoffe die zahneinstellungen passen machen sie sich bereit zum angriff wählen sie ihre ich hoffe die die voice leute sind halt nicht 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 aids haha haha warum das es gibt so schlimme leute aber es geht halt auch deutlich mehr auf interaktion als in der schnell suche das ist auch gleichzeitig alter wow 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 no stop it please das ist ja in der gruppe das siehst du das stimmt wow ich dachte grad nicht ja denkst du ich mach das im all chat oder im team chat leider ein scheiß das ist so unangenehm das wäre ja grüntig ja das wäre ja grüntig das wäre ja grüntig aber für die leute die sich jetzt fragen hä was ist was ist einst nico kaffee das ist krasser podcast in 30 sekunden mit money krasses untertrieben krasses untertrieben krasses untertrieben weil wenn wir spielen nicht können reden können wir manchmal das ist ja vielleicht das einzige mal sehen wie viel heute wieder zu tun ist boah ich hab ja voll den ge... ich mag die chivis die wir als dicker haben ja auf watch nicht egal ok let's go ok let's go wir haben zwei tanks krass machen wir doppelstrahl ja und die laufen beide raus wo ich nicht bin nice kein Problem oh ich hab ich hab ich hab ich hab normales nicht ewig lang nicht mehr gespielt oder was soll ich da sagen oh mein sicherheitssystem wird geschenkt und hier steht mein name drauf ich sterb gleich krass wo bist du ja ich bin bei der diva oh gott ich muss zurück ich nehme das ziel ein aber wir haben ja tatsächlich das ziel ein nein oh ich war schlecht ich hätte die laden sollen wir hatten das ich wurde erschossen ich nicht ich halte alle voll hier oh i'm the only die oh ich bin der einzige der stumm ist super bad super bad ey man das wären wahrscheinlich meine schlechtesten Ranked Spiele die ich je gespielt und ich muss den weitesten Weg laufen weil ich noch gerade im letzten Moment in unserem alten Standpunkt das ist halt kacke das ey ey gut dass ich das scheiße nicht aufnehme ne also wer will oh gott ey du wirst oh guck mal da hier das andere Gruppe hat schon gleich ein Problem mit ihrem Hanse fuck jetzt bin ich gestorben oh gott Hanse ach wie Leute oh stopp ich habe die Mähne nicht gesehen oh Leute mein Teleporter spielt eigentlich ne ich dachte schon warum steht das doch Ich werde meine Fehler wiedergutmachen. Ja, aber wir machen, oh fuck. Die Stunde hat geschlagen. Fuck, ich hasse diesen Typen. Ist dein Teleporter noch da? Nee, ist weg. Ach, das ist blöd. Macht euch auf einen Gewalt! Oh Gott, schaukel. Was ist noch bringen wir von uns? On Action? Äh, ich glaub die meisten sogar. Nee, nur noch. Oh Gott. Sammeln! Oh, nein. Sammeln! Ja, sammeln. Viel besser. Ein Drittel haben wir ja schon mal geschafft. Ist schon mal gut. Nur wenn... Weiß wenn er sagt, sammeln, dann sollten wir halt nicht reinlaufen schon, vor allem da sind. Ich lade meinen Schuss auf. 근데... Jetzt geht los. J versions Score. Jetzt geht los. Let's go. Ist schön, O um zuzเรisen, Gamer, wohnen zum Glück nie konzentriert sein muss. Das ist dieses Spiel, wo man soviel redet. Oh Gott! Nein, nein, mein Schild, mein Schild noch einsetzen. Boah, schädig, schädig. Sieht gut aus. Yes. Boah, Alter. Runde 1 beendet, Bitches. Bitches. Sorry. Ich glaube, wir müssen das Spiel noch ein bisschen leiser machen. Ich war grad froh, ich fand, dass ich am Schluss ziemlich gut gespielt hab. Aber ich hab erst die wiederbelebt. Und dann hab ich schön viel gehealt. Und ich glaub noch jemanden gekillt, wenn ich den gesehen hab. Nice. Wären Sie Ihren Helden. Nun haben die genau nur so viel Zeit, wie wir Zeit hatten. Ach stimmt, ist es bei... Ich wusste, dass es beim... Transportieren von so Wagen und so ist. Aber ist es hier genauso? Mein schon. Okay, cool. Boah, da fragst du mich jetzt grad was. Oder man hat einfach... Du bist hier der Team-Experte. Ach, lass uns überraschen. Ich bin nur ein bisschen... Wir haben halt... Ah, okay. Ich mach Audio noch ein bisschen. Ich hab grad überlegt, warum haben wir keine offensiven... Aber wir müssen ja verteidigen. Also, schon alles cool. Aber dann sind zwei Tanks nicht... Warst du ein bisschen zu viel? Zwei Tanks? Naja, Diva ist meistens Meta und Reinert auch. Okay. Danke. Na gut, wir haben jetzt zwei Heiler, zwei Tanks und... Totale Diefens. Und ich... Du musst halt die Kill... Ja, das ist jetzt echt die Killz. Du... Du musst als Supportor jetzt die Killz machen. Go for it. Ja, ja, und Bashen. So. Alles auf Bashen. Ah, Beste macht nicht die Killz. Beste ist Schmuck. Aber später halt. Es geht auch nicht. Okay, okay, okay. Woda. Okay, let's go. Ich seh's schon kommen, dass ich gleich mit meiner Pistole rausrenne und die ganzen Kills mache. Okay, im Play of the Game, man. Komm ich wieder alleine raus. Shit. Bin zu spät los. Genau, auf Film. 4, 1, 5, 1, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähert sich. Verteidigen Sie Zielung an. Okay, verteidigen Sie. Die Sparke wurden zerstört. Das sind unsere Schützen. Okay, okay, okay. Die 4 Minuten werden wir wieder hinkriegen. Ähm, möglicherweise. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die heimlich über den Punkt schnieten. Achso, naja, stimmt. Schnieten. Ja, weil es ist halt schon, muss man sagen... immer durch kein Schmiedkast haben mehr die März Paira die Künstlerin zu schauen einfach über das Leben hat die Verlust in Fertigkeitscheidung wenn nicht nur die Verlagerung sogar das noch nicht kann eine Art geht durch an Kultein ja okay kann damit leben Dass du voll bist. Eine Farah kam da, glaube ich, gerade hin, oder? Ja, von oben halt. Aber wie der Wotog mich die ganze Zeit immer hupfen möchte. Der alte Hucki. Der Hucki mech huck huck. Oh fuck, Alter, ich glaube, ich bin jetzt gestorben. Ich habe einen Teleporter. Echt? Das finde ich super. Hoffentlich sterben alle. Was? Ja, dann kann ich ulken. Oh, verdammt, der Soldier konnte aimen. Soldier ist on point. Fuck. Das musste jetzt sein, leider. Ich glaube, man hat... Die anderen haben genau gleich viel Zeit. Das ist halt so... Desto mehr Zeit hast du, wenn... Noch eine weiterung. Ja, umso schneller du bist und je mehr Zeit hast du dann. Das macht schon Sinn. Aber bisher läuft ja... vergleichsweise gut, weil ich sag mal, da vorne haben wir den Punkt echt schnell bekommen. Wenn die da noch einen anderen haben müssten, also das ist fast schon. Daher. Schon mal okay. Oh Mann. Ich bin schon wieder gestorben. Das ist halt echt nicht gutes Gameplay. Gerade hier. Ja, vielleicht für die Aufnahme. Das habe ich... Du hast ja... Weißt du, die Sache ist, die, wenn du jetzt irgendwie total gutes Gameplay bringst, dann erwarten die das immer. Ja, ne? Das ist also... Das ist dumm. Wollte man schon nicht machen. Du musst schon smart sein, Alter. Der Typ ist runtergeflogen. Wer? Ja, Rainer, der ist halt runtergecharged. Der Gegner. Guck mal, beide rein. Hat sie dauer. Unser. Oh. Ich sehe nur so, beide rein. Hat sie dauer. Was hast du gesehen, da ich den Hansen gefiltert habe? Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Oh cool. Ich habe verkraften beim Soldier geballert. Ha, Ferra getötet mit 5 HP. Ich habe meine Kraft wieder. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Oh, verdammt. Und gleich ist mein Teleporter online. Aber das ist egal. Das war nur für dich, gell? Das war jetzt wirklich nur für dich. Du hast aber mehr wiederbelebt als für mich. Echt? Das war lame. Das wollte ich gar nicht. Mein nicht. Oh Gott, wo ist das Soldier? Hinter mir. Shit. So bad. Ich habe nichts. Das ist kein... Tja, die Übung macht den Meister. Ich fand mich jetzt eigentlich relativ cool. Buh, wer spielst du etwa von Lame? Normalerweise bist du besser! Ich muss sagen, mir hat mein Play ganz gut geschehen. Ich war jetzt nicht besonders toll, aber ich habe alles schön gehealt und habe keinen Fehler gemacht. Highlights des Matches ist voll wie! Oh, was eine Überraschung! Achso! Eine Fieber! Hey, aber einen mit, mit ihrem Pistole! Ja! Kann auch schon nichts sein! Uh, Money! Dem Healer, vielen Dank! Nice! Oh fuck! Und damit haben wir schon mal unseren ersten Wind! Ja! Sublatin! Sublatin! Direkt! Instant! Beim Einranking! Ja klar! Sofort! Ohne Probleme! Why not? Oder doch! Diamond! Was würdest du lieber? Und da sind wir wieder! Oh my god! Apropos schlecht spielen! Hey! Die sind... Oh god! So besondere Zeichen! Okay! Ich bin nicht Mercy! Was soll ich spielen? Fuck! Ich kann keinen Tank spielen! Sonst dann schreib das... Ich... Dann spiel ich sollte, oder? Das ist okay! Ich kann keinen Tank spielen! Ja Gott! Und ansonsten schreiben! Ja! Nee! Ich schreib nicht! Ich kann nicht schreiben! Du kannst nicht Englisch schreiben! Nein! I... I really don't can't! You know! I don't... Can... You can... Talk in English! With... The... Speak... Button! Ich lass uns das nicht machen! Das ist mir für mich schön! Don't you either try to speak... The German English! Oh je! Let's go! Ich mach jetzt die Kills... Die Kills sind jetzt am Start! Ich muss mich jetzt anstrengen! Oh fuck... Vorne konnte ich nur schön chillen! Ein bisschen meinen Strahl auspacken! Und wo das Spaß ist! Ja ist doch so! Jetzt muss ich zielen! Und rumlaufen! Und versuchen nicht zu sterben! Und schauen wo es sein Tür herbekommen! Ich meine solche kann sich selbst immer so trotzdem kackeln! Dö... Okay... Komm mal... Ey wir haben zwei Tanks jetzt ist... Okay... Okay... Kannst auch den zweiten Heiler spielen! Nee! Okay... Okay... Wenn das gut ist... Dann wechsle ich nachher auf... Anna... Anna... Okay... Ba... 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 Und da ballert er schon wieder rein! Ich? Ja! Ja! Ja ich war natürlich da rein! Da war sowas von! Ba... Was soll ich denn sonst... Frieden wird gezeigt! Was kannst du sonst? Oh shit! Fuck alter! Okay... Ich brauche hier! Ich muss kurz... Ja... Ja... Oh Gott... Ja... Hi! Erschaffe Barriere! Sind unsere alle turndown gewesen? Fuck! Sorry! Nee ich hab's gesehen! Ja in dem... In dem Moment kam sie raus! Ich wollte nur kurz auf meinen Healer warten! Hahaha! Hast du's überlebt? Ja ich hab's überlebt! Wir haben Angriff! Hast du ihn getötet? Nö! Schade! Ja! Nein! Ich bin vorher reingegangen! Super dumm! Jetzt bin ich down! Ich dachte ich krieg den Reinhard down! Ah der hat uns beide mit seiner Ult erwischt! Ich weiß! Ich wollte die Mercy beschützen! Ich werde meine Fahrt folgen! Oh je! Meine Selbstschussanlage wurde zerstört! Hm... Was kann man denn so schönes machen? Ich sag die... Ich häl... Ich geh jetzt lieber auf Nummer vorsichtig und benutze Schild... ... 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 Ich fühl mich, Bonobo, ergeben sie dich. Ich hab dich im Visier gescheitert, die ist es. Wenn da noch welcher von uns lebt. Ich verkack den Reiner die ganze Zeit. Ha! Nein! Oh, er fasst den Heiler dann gekriegt. Super dumm. Da war aber keiner mehr, ich hätte warten müssen. Ich bin grad so schlecht, egal. Ey, ich hab auch nix tolles. Ich werde meine Fehler wiedergutmachen. Und wahrscheinlich regt sich dann nur unsere andere Gruppe da drüber auf, dass wir so bad sind. In der Vierergruppe so, oh, Soldaten sind nett, weil die nix können, lame. Fuck, der hat mich... Wirklich. Alle Tode, die ich hab, sind nur vom Fuckin. Oh, der Sold. Der Reinhard ist halt echt krass. Einhard. Ich hole den Punkt. Keine Sorge, das war eine Schussanlage für Wright. Der Reinhard, der das Schadenscheid weg, wenn er zu viel Schaden kriegt, das ist halt echt krass Typ. Auf dem Ziel steht mein Name drauf. Ich glaub, die gehen gar nicht mehr zum Punkt. Ja, ja. Okay, welche Taktik will unser Team machen? Äh, ich weiß nicht, ich folg denen einfach. Ja. Ah, ich... Ich... Ich da... Ich... 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 mich... Geflament. Oh, sie sind oben. Oh, sie sind oben. Wo schon so weiß, sie sind die. Die des guys. Oh. Oh. Ah, nice ult. Und was? Wer hat mich erschossen? Ich glaube wahrscheinlich Theorizer. Ne. Ja. Hm, alle aufgepasst. Ich verstehe. Was? Was? Teamkill, nice. Komm, 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 komm. Oh, ich habe gerade nichts gesagt. Ich war gerade so... Ich auch. Die beiden waren gerade mucksen, Mäuschen stehen. Was? Weil ich nicht gewusst habe, dass wir das noch hinkriegen. Ich hatte Angst, dass wir das nicht packen. Ja, aber echt. Ich war echt nicht so gut. Ne, und mein Teleport haben auch echt nur wir beide benutzt. Ja. 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 Okay, aber das ist ja nicht unsere Schuld. Wählen Sie Ihren Helden. Doch. Doch, weil wir bei den einzigen Weinen gestorben sind. Oh, stimmt. Oh, fuck. Ja. Ja. Aber wenigstens konnten wir schnell wieder da zuschließen. Nun. 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 Das ist... Das ist auch... Das ist auch... Das ist auch... Also... Das ist für mich unentspannter als in 3 vs. 3. Findest du? Findest du, dass wir irgendwie ein bisschen... Ja. Angespannter ist? Ja. Die Sache, die Betreiber des 3... Ähm... Das hört sich jetzt total dumm an, aber wenn ich sterbe, reicht es Paul meistens. Ja, es ist so. Ja, aber echt. Oder er stirbt halt, weil er wieder seinen Einzelgang macht. Ja. Ne, aber wenn wir es... Lass uns doch mal ein bisschen mehr über Paul lästern. Nein, nein, nein. Ja, ich hab ja gesagt, er reicht es dann. Ich hab mich ja gelobt. Das ist ein Unterschied. Ne, die Sache, die Betreiber des 3... Es ist halt echt so... Du könnt... Ich spiel eigentlich 3 vs. 3 0 Paul zusammen. Oder halt, wenn du noch da bist, zum Bezutritt. Aber ich spiel nie alleine. Und dadurch... Hab ich nie Angst, dass mich jemand flamet und sowas außerhalb Paul. Äh... Äh... Außer halt... Der eine... Random, der dann da ist. Und hier können mich hier Leute zuflamen. Darum hab ich keine Lust. Das mag ich nicht. Versaut mir die Spiele, wenn mich jemand flamet. So, let's go. 5... 4... 3... 2... 1... Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie... Ich komm links rum. Oh, die Glocken, Alter. Wobei doch nicht. Okay. Haben Sie einen Affen? Ja, scheiße. Wir auch. Ja. Aber Affe ist mein Herzfeind. Ja, weil er dasselbe kann wie du in... In Tanky und... Und dadurch ging 1-1, wenn ich nicht aufgelandet bin, halt... Verlier. Thanks. Boah, das ist schon so ein Geballer zu Beginn. Das ist ja unglaublich. Ja, gut. Dadurch, dass du selbst das nicht am Anfang gesch... Also, dass du so oft noch zusätzlich 3-3 hattest. Ist ja auch nochmal für dich anders. Ja. 3-3 ist halt geoffen. Du hast nur 3 Gegner und wenn einer von denen tot ist, ist er tot. Und er ist fertig. Ich mag 3-3, das hab' auch sehr, sehr gerne. Ich find' es hat sogar noch mehr Competition, äh... Ich find' auch nicht. Leut... Aufpassen! Oh, Leut. Hey. Wieso, dann kann ich euch schon mal einen Teleporter platzieren? Offiziell soll man ja mal warten, bis eine stressige Situation kommt. Weil sonst geht der... Teleporter ja kaputt geht. Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Weil die ja eigentlich eine Ansage bekommen, wenn ein Teleporter da ist. Ach so. Ja gut. Und dann kannst du halt mit einer Tracer und so weiter eben kurz zu den Standardspots halt rinsteppen. Oh shit. Wo ist die? Wo ist die? Ich bin zu den Gegner gelaufen, das war halt... Kontraproduktiv. Ja. Ja, mich hat sich damit gut erwischt leider. Immer noch viel zu tun. Faltbar. Taktisches Visier aktiviert. Das wird uns bestimmen. Kälte, stau dich. Schärf dich im Visier. Yes! So schon noch gekillt. Trotz euch. Hey. Ach, weil die Saria mir ihr Shit gegeben hat. Nice. Nice. Oh Gott, dass wir das verteidigt haben gerade. Ich bin auch ganz ziemlich begeistert. Ich habe 8 Zielfortschritt-Kilts. Ich habe goldenen Zielfortschritt-Kilts. Ich habe aber auch insgesamt nicht so viel gekillt. Ich habe wieder keine Medaille. Ich glaube, du bist aber... Du bist dafür gerade on fire. Das bin ich zum Beispiel nicht. Bin zweit von Liedern. Oh, geil! Ich glaube, ich habe Play of the Game, man. Echt? Könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Das sieht gut aus. Easy. Total easy. Wanket ist doch voll leicht, oder? Findest du nicht auch? Stressig. Stressig, stressig, stressig. Weil da kommen durchgehend Gegner. Ja, ne? Ja, ne? Puh. Weil, da wollen halt eigentlich fast alle 2 halten. Aber das ist 3x2. Yes! Oh, wer hätte das gedacht? Ich habe noch nicht mehr was wirklich gemacht. Ja doch, gestrahlt. Ja. Wie ne 1 hast du gestrahlt. Wie in Japan. Was? Hey, du assi. Das gibt's ja nicht. No aim. No skill. XD Okay, let's go. Out of here. Puh. Ist das stressig? Ja, ne? Mann! Mensch! So fühlte sich das erste Mal für dich ranke dann. War ja nicht das erste Mal ranke. Es war... Ich bin nur noch nicht eingerankt worden. Ich habe ja schon mal ranke. Es stimmt. Du hast niemals die 10 Matches Dings gemacht. Ja, richtig. Ich habe jetzt 2. Mal gucken, ob ich es dieses Mal schaffe. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ich werde dir hilflich halten. Ich hoffe, dass es den Zuschauern genauso gefallen hat wie uns. Auch wenn wir an manchen Stellen doch sehr wenig gesprochen haben. Wenn ihr trotzdem noch mehr von uns hören wollt, dann schaut in den Links. Dann schaut bei Manni. Dann schaut bei Nico Café. Oder schaut noch mehr bei mir. Vor allem bei Nico Café. Wenn ihr mehr von uns hören wollt. Und zwar nicht nur irgendwie... Ich zock jetzt. Sondern wirklich geplapperige Rede. Was weiß ich. Unbedingt bei Nico Café vorbei. Unbedingt. Ausziehen. Nice. Alles klar. Dann würde ich sagen... Tschüssi Kowski. Tschau. Tschau.